Okay, jetzt ist alles nachgeladen, jetzt kann mir nix passieren. Ich wollte lieber, dass ihr euch verpissen, bevor ich die Bullen erwischen, ihr Hohenzähne. Würdest du dich verpissen, hab ich nix gesagt. Ihr solltet jetzt erstmal euer Gehirn auf Vordermann bringen, bevor ihr anderen Leuten auf den Stad geht. Junge! Was zählt hast du denn so? Junge! Ich hab dir lieber ne Nikon, die ist besser. Hinterm Zaun wie so ein Fettsack. Ich hab nen Greifer, aber ich hätt abhauen können. Bisschen Abstand, AR, Bam, Hatcher, tot. Ich fang nicht erstmal von Anfang an. Eigentlich nicht so spannend. Ich hab nur nen sehr, sehr langen, harten Cock. Was ein Dödel, Digga! Also es geht jetzt nicht unbedingt um die Länge, aber es geht ja auch vor allem darum, mit wem ich alles schon Kontakt hatte, so in den Jahren. Und wenn du dich auf die Weise mit beschäftigst, wie ich das die letzten 15 Jahre gemacht hab, dann weißt du roundabout, wie das zoniert, ja. Ja, weird flags, but okay. Gibt halt Leute, die können das gut mit den Blasen und Leute, die können das halt nicht, ne. Ich gehör zur Letzteren. Gut, ich hab das so an dem Mund. Ich glaub von Tobi oder von Mama. So, okay, ihr pustet. Das ist echt hart, Mann. Richtig, richtig schwieriges. Ist das alles kein Problem mehr. Heute kann ich das alles gut runterschlucken. Runterschlucken. Das erstmal nur in der rechten Hand, dann übt ihr es nur in der linken Hand. Alles ist gut. Ihr wollt beides gleichzeitig spielen? Impossible. Weil das Gehirn, ihr merkt das richtig, wie es euer Gehirn beansprucht. Weil es plötzlich so anders ist, beides gleichzeitig zu machen. Das Gehirn kommt gar nicht klar. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir ist es immer so am Anfang der Struggle. Einzeln, gar kein Problem. Dann will ich beides zusammenfügen. Dauert ewig, bis ich's gut drauf hab. Und jetzt stellt euch vor, da kommt noch ein drittes Element dazu mit den Füßen. Und jetzt heißt es Feintuning und Perfektionieren. Weil erstmal übt man ja nur, okay, wo kommt welcher Finger hin? Kann das denn sein? Ich hab hier und dann mal hier alle und dann der Finger weg. Und dann hier irgendwas gedrückt und da Finger hier und da. Erstmal übst du ja sehr grob. Und wenn du dich spielen kannst im richtigen Tempo, dann fängst du ja erst an. Okay, hier etwas sanfter, hier etwas leiser, da dynamischer, da lauter, hier langsamer werden, da wieder beschleunigen. So, ne? Das, ähm, dafür musst du ja erstmal das grundsätzlich können. Und da bin ich jetzt. Immerhin. Hab so meinen Lörres rausgeholt. Wupp. Und guck mal, ich bin ein Elefant. Töö, töö, töö. Guck mal, wie der sich dreht, wenn man immer oben, unten, oben, unten macht. Und dann drückst du die Drehtaste. Guck mal, wie süß der. All righty. So, das Ding ist, ich kann jetzt nicht richtig schütteln, weil ich muss so ein bisschen den hier machen. Auf, auf, auf liebevoll. Weißt du? Auf dezent und diskret. Okay. Muss gereicht haben. Auf diesen hier. Weißt du? Der Basis nämlich. Ich darf dich zu deuten. Äh, 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 äh. Ich hab's nicht richtig zugemacht. Äh, ich tropfe. Äh, warum tropfe ich denn jetzt? Hab ich hier irgendwie ein Tuch oder so? Nö. Perfekt. Oh Gott. Ich hatte hier doch irgendwo so ein benutztes Taschentuch. Und das wird jeden Tag misshandelt von mir. Tag ein, Tag aus. Ohne zu weinen. Schaff ich's. Ohne Tränen. Hab schon. Ich hab geübt. Hab das geübt. Ich kann das. Komm schon. Es kann doch nicht so schwer sein. Komm. Es kann doch nicht so schwer sein, etwas in ein Loch reinzustecken, oder? Oh, oh. Bin ich drin? Ja. Ja, 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 ja. Oh, yeah, baby. First try. Ohne zu weinen. Ja, genau. Ich hab's überlebt. Yeah. Im Grunde genommen haben wir immer noch mit Gummi gearbeitet, Ende, ne? Ja. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder mit meinem Ass los? Was, 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 was ist das für eine Hose? Was macht die mit meinem Hintern? Mensch. So. Und trotzdem, guck mal, wo wir grad drüber reden. Shrink! Hä? Was ist das denn schon wieder für ein Timing? Ich sag, Shrink und die Lampe geht aus. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich guck extra schon ins Licht, aber er steckt fest, glaub ich. Komm. Komm schon. Oh nein. Oh, ich hasse das. Oh, ich hasse das. Ich hab extra ins Licht geguckt, er kam trotzdem nicht raus, der Dreckige. So. Shrinki. Und dann waren wir schon zu Hause und ich hab's angerufen, na, wo bist du? Und er sagt so, ja, ich brauch noch etwas, aber dafür, äh, dafür bin ich mit dem Babadrachen unterwegs. Nix. Ah. Da unten, seht ihr da die Zahl? Da. 17.424. So ist das mit den, mit den fetten. Digger, wirklich? So, naja, komm. Weißt du was? Hey, das darf nicht wahr sein. Wirklich. Ey, so ein hässlicher Wertloser von seiner Mama nicht geliebter, ne? So ein cooles Gefühl. Ich bin ja ein Mensch, mir fällt es nicht leicht, Aufgaben abzugeben. Ich bin so ein Dickkopf, ich will mal alles selbst machen. Aber wenn ich mich überwinde und okay, ich weiß jetzt, das ist auch ein Apfel, ich gebe das jetzt komplett ab. Ich vertraue dir, Bro. Ich vertraue dir. Und dann kommt ein tolles Produkt raus. Ah, das ist ein so schönes Gefühl. Es riecht. Was soll's? Dann ist das jetzt schwarz. Und gut ist, Digger. So. Das ist immer das Gleiche. Es darf doch nicht wahr sein. Es ist immer das Gleiche. Ah, genau da. Achtung, nicht erschreckt. Es wird jetzt hell. So. Du sagst immer, ich find's ja geil, dass du ihn immer vorwarnst. Aber du warnst halt immer vor den so ganz leichten Sachen. Du hast uns vorgestern und gestern vorgewornt. Achtung, es spritzt jetzt. Als du... Hab so meine Lörres rausgeholt. Wupp. Und pssst. So. Das ist die Logik dahinter. Hä? Und das ist jedes Mal so. Immer wenn ich bei jemandem, der mich anpisst, zurückpisse, sind die so angepisst. 11 von 10 beste Unterhaltung heute. Ich hab gestern gezählt, es sind 6. Äh, ich hab mich geirrt. Es sind 7. Einfach aus Prinzip. Ich hab mich geirrt.